Gleich zu Beginn möchte ich euch darüber informieren, das wird ein relativ kurzes Video werden, aber ich möchte heute mit euch gemeinsam über die beiden neuen Charaktere drüber schauen, nur drüber schauen, einfach nur mal euch die Charaktere nur schnell zeigen, den Rest wird dann in einem separaten Video passieren, was ich dann heute Abend fertig machen werde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, es ist mir ein kleines Unglück passiert, ja nicht nur Capital Games macht Fehler, auch ich habe einen Fehler gemacht, denn ich habe vermeintlich gemeint, ich habe mit der Aufnahme, habe ich die gestartet, ich habe nur den Ton gestartet und nicht die Aufnahme. Und somit habe ich dann meine ganz normalen Sachen gemacht, das was ich jeden einzelnen Tag mache, sprich ich habe gefarmt, meine Sachen hier gefarmt, dort gefarmt, da eine Kleinigkeit gemacht, hier eine Kleinigkeit gemacht. Ja, und das Problem ist jetzt, ich kann die Sachen natürlich nicht wieder nachholen, ganz klar, geht ja nicht. Deswegen werde ich euch nur zeigen, was ich heute gemacht habe und den Rest werden wir dann am morgigen Tag mit Sicherheit nachholen. So, also, als erstes, bevor ich euch das zeige, machen wir einen kleinen, ja, wechseln wir mal schnell in die Foren und schauen wir uns dann an, was Capital Games gemacht hat. Denn Capital Games ist ja natürlich nicht müßig gewesen, nachdem die republikanische Offensive im Sande verlaufen ist, aufgrund dessen einiger Bugs, die auf Geonosis ihr Unheil machten. Deswegen haben sie das hier natürlich eingestellt und jetzt hier arbeiten jetzt fieberhaft dran, so nachzuschauen, woran das liegt, aber noch haben wir keine Informationen. Aber wir haben Informationen bekommen, nur so ein paar Bröckchen rausgestreut über den Journey Guide und natürlich auch über die zwei neuen Charaktere, wo man weiß und wo man auch die Erlaubnis von Disney hat, dass man diese Sachen informieren darf, weil sie ja natürlich von Disney ja schon freigegeben wurde. Also, wechseln wir mal kurz die Instanz und schauen uns das Ganze im Forum an. So, das sind wir jetzt. Also, der gute ZG Crump hat das Kid Revival vom neuen CIS-Truppler rausgegeben. Er ist dann in diesem Fall ein Angreifer, er ist eine Körterdunkle-Seite, First Order und ein CIS. Er hat insgesamt ein Basisangriff, zwei Specials und ein CETA. Was er genau kann, werden wir in dem nächsten Video, was ich dann veröffentlicht werde, euch mitteilen. Das, wie gesagt, ist ja nur ein kurzer Überblick. Kommen wir dann auch gleich zum General Hux. Der ist ja auch bekannt und ist auch von Disney freigegeben. Das heißt, sie dürfen es als Vorab-Teaser schon das Kid rausgeben. Also, auch den Charakter an sich, weil General Hux ist schon bekannt seit Episode 7. Und man weiß, dass er in Episode 9 wahrscheinlich auch nochmal eine sehr zentrale Rolle spielen wird. Vermutlich etwas besser als im letzten Film. Also, er ist ein Körterdunkle-Seite, er ist ein Leader, ein Unterstützer und er gehört natürlich der ersten Ordnung an. Haupt-Ear, allerdings dazu in der Lage ist, das erste Ordnung-Team so zu verbessern, dass es in der Arena viable ist, glaube ich jetzt weniger. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Bei ihm ist es das gleiche wie beim CIS-Truppler. Zwei Specials und zum Schluss ein CETA. Und zwar wieder auf, in diesem Fall auf der, genau, auf sein Special. Auf der Einzigartig-Fähigkeit. Das Leader hat kein CETA, laut der aktuellen Info. Was sie aber auch noch mit rausgehauen haben, ist die Info über den Journey Guide. Anscheinend möchten sie jetzt galaktische Legenden ins Spiel bringen. Und zwar solche Charaktere, die eigentlich einen besonderen Status haben. Diese Bilder sind jetzt nicht final, sondern sollen uns nur einen Einblick gewähren, was diese Bilder, was das Ganze, wie sich das Ganze darstellen soll, sobald es rauskommt, sobald es online geht, der Journey Guide. Und da geht es um galaktische Legenden. In diesem Fall natürlich Rey und Kylo Ren. Das gilt vor allem für Charaktere, die, wie sie es selber schrieb, in den Post schreiben, Most famous and powerful characters. Und sie wollen das in den Journey Guide mit aufnehmen, dass man diese freischalten kann. Was man das natürlich braucht. Wie sie es jetzt umsetzen, werden sie wahrscheinlich erst nach Release des Films, also sprich am 18. spätestens am 19. rausbringen. Das ist jetzt meine große Vermutung. So lässt es es auch laufen. So, da sind wir jetzt wieder zurück im Spiel. Wie gesagt, es sollte ja nur ein kurzer Einblick sein. Kommen wir jetzt zu dem, was ich heute gemacht habe. Insgesamt habe ich für Basila Schaden ein paar Splitter natürlich wieder ganz normal gesammelt. Brut Alpha fehlen jetzt nur noch 22, also auch auf dem Weg der Besserung. Ich habe an Mace Windu auf Level 70 hochgeschrubbt, weil der ja mein fünfter Jedi wird. Baris Offee hat ihren sechsten Stern erreicht, also auch gut. Und ansonsten habe ich eigentlich dann relativ wenig gemacht, weil es gibt ja momentan nicht viel. Und auch von den Events kann ich relativ wenig machen, weil es durch den TB, der beendet wurde, gibt es jetzt momentan nicht viel Content, den Capital Games raushaut. Und das wird auch dieses Wochenende nicht anders werden, weil jetzt haben sie natürlich alle frei. Jetzt sind sie alle zu Hause. Und wir müssen da jetzt bis nächste Woche warten, bevor es weitergeht. Aber zum Abschluss dieses Videos will ich noch was probieren. Denn es gibt noch einen Kampf, der ist noch offen. Ob ich diesen schaffe, weiß ich nicht. Dadurch, weil ich jetzt ein paar Charaktere ein bisschen aufgemotzt habe. Und ich nehme mir natürlich auch einen mit, der schon eine ganz schöne Power hat. Nehme ich mir auch mit. Jetzt muss ich nur mal schauen. Rex will ich nicht mitnehmen, auch wenn es interessant ist, einen Reliktstufe Rex. So, jetzt nochmal. Immer noch Rex. Immer noch, immer noch Rex. Den nehme ich mit. Genau auf den habe ich gewartet. Ich habe... Er kommt raus. Sie kommt rein. Genau. Durch ihre Heilfähigkeiten kann ich mir vorstellen, dass es etwas besser funktioniert. Los geht's. Wie gesagt, einen Kampf machen wir noch und dann schauen wir mal. Also, natürlich ist Revan als erstes dran. So gefällt mir das gleich viel, viel besser. Ein Schlag und alles in Blatt. So, wir erledigen jetzt schnell einen. Den zweiten. Na komm. So, jetzt auf. Wunderbar. Wunderbar. Durch Revan funktioniert das alles viel, viel besser. Aber die letzte Phase ist diejenige, die das Ganze entscheidet. Okay. Als erstes tanken wir mal. Jetzt will ich ein Ambo rausnehmen. Wunderbar funktioniert. Jetzt machen wir... Jetzt machen wir... ... Aha. Perfekt, das läuft gut, das läuft mal wieder richtig gut. Und zum Schluss der letzte. Perfekt, super klasse, durch jede Rehbahn habe ich jetzt es endlich geschafft. Die helle Seite auf meiner Katina ist abgeschlossen. 381 von 381 Sterne. Super klasse, richtig perfekt. Genau das wollte ich erreichen. Es läuft, es läuft. So Leute, das soll es aber auch für heute gewesen sein. Wie gesagt, es war ein extrem kurzes Video für meine Verhältnisse. Aber es gibt ja auch momentan nicht allzu viel. Es soll im Endeffekt nur ein kurzes Infovideo auch sein und auch ein Kampf, damit es wenigstens nicht ganz so langweilig abgeht. So Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, gebt es dem Video, Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktiviert. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut, ciao, servus und natürlich möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.